Dr. Matheson, danke, dass Sie gekommen sind. Sie können sich nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin. Nur ist das hier, Dr. Matheson. Das ist Dr. Buckley. Oh, verzeihen Sie bitte. Freut mich, Sir. Es gibt zwei Arten von Menschen mit besonderen Begaben. Die, die glauben, sie hätten irgendwelche speziellen Kräfte? Und die, die glauben, wir würden sie nicht durchschauen. Nein, Leo, du guckst in die falsche Richtung. Rechts von dir, Richard Vargas. Ich rufe Richard Vargas im Namen Gottes. Und beide täuschen sich. Sagen Sie, arbeiten Sie schon lange für Matheson? Sind Sie auch Psychologe oder Zauberer? Nein, ich bin Physiker. Und warum machen Sie das hier? Was? Gefakten, übersinnlichen Kram untersuchen. Simon Silver, der vielleicht berühmteste Hellseher aller Zeiten, wird uns hier in nicht mal drei Wochen besuchen. Es wird einen Massenansturm auf die Tickets geben. Gibt es dann überhaupt keine Herausforderung mehr? Silver wäre schon eine. Silver ist bereits überprüft worden. Ja, vor 30 Jahren. Wir sollten ihn jetzt überprüfen. Vergiss Silver, Tom. Es gibt Dinge, die muss man nicht unbedingt wissen. Er ist gefährlich, Tom. Halte dich von ihm fern. Es gibt nur einen Weg, Zugang zur Wahrheit zu erlangen. Sie haben keine Ahnung, in was für einer Scheiße Sie da stecken! Was ist hier los? Fordern Sie mich heraus! Stellen Sie meine Karte in Frage! Sie haben keine Ahnung, in was für einer Scheiße Sie da ist.